So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, während die Mama gerade kämpfen muss, alles drin zu behalten und gerade noch von ihrem letzten Adi-Angriff erzählt hat, möchte ich ein kleines Infovideo raushauen für Freitag, naja, was ist denn morgen Freitag, für Freitag, weil Freitag ist der große Tag, ich glaube das ist das letzte Mal, dass dann hier in dieser Wohnung ein Video aufgenommen wird. Ja, weil Freitag irgendwie und dann plötzlich andere Hausnummer und so und dann, dann liegst du da auf dem Boden und wälzt dich da rum in deinem eigenen Erbrochenen auf einer Matratze, also wie in Hildburghausen damals immer, das war richtig genial. So, wir wollen jetzt kurz den Community Day Classic im Juni ankündigt mit Feurigel, Classic heißt ein Sea Day, der schon mal da war, wird wiederholt, Glumanda hat da einige abbekommen, Feurigel ist ja auch ein Feuer-Pokémon, ein Feuer-Starter mit einer süßen Nase, mit Tornupto am Ende, was auch eine Hisui-Form hat, das hat hiermit aber nichts zu tun, hat auch keine Mega-Entwicklung, ist auch glaube ich nicht so stark, ist aber trotzdem irgendwie süß und wer das Shiny damals nicht gekriegt hat, hat jetzt natürlich nochmal die Gelegenheit und wir werden sicherlich auch unsere Challenge wieder machen, 14 bis 15 Uhr Stream, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny, wer kriegt die meisten Shinies und ja, das ist der Sea Day Classic im Juni mit Feurigel. Wann ist das ganze Ding? Samstag, der 22. Juni, 14 bis 17 Uhr, wilde Feurigel erscheinen vermehrt, Shiny-Rade ist erhöht, exklusive Attacke, lohe Kanonade, wie eben alle Feuer-Starter, 110 Schaden in Trainerkämpfen, ebenso auch in Arena-Kämpfen und Raid-Kämpfen, lohe Kanonade ist auf jeden Fall eine super Attacke, aber ich glaube, Beklurak ist da sinnvoller oder hier das Ding, was da so Logok, ist da auch irgendwie sinnvoller, dann haben wir natürlich wieder für einen Dollar, also für einen US-Dollar gibt es wieder eine Spezialforschung zum Community Day, die ich jedem empfehle, ich habe ja gesagt, der eine Euro im Monat, den muss sich jeder leisten können, das ist richtig cool, aber wenn ein Classic-Seeder ist, heißt das, es gab einen normalen und ihr habt den Classic, das heißt, es sind schon zwei Dollar im Monat, kann man natürlich wieder verschenken an super Freunde, aber ihr kriegt da so viele Items drin, das lohnt sich auf jeden Fall, habe ich ja in dem anderen Ziel der Video auch schon gesagt, Boni, weil es ein Classic ist, ist wie damals, gibt es nicht viel Boni, aber trotzdem, Schnappschüsse, mit besonderen Überraschungen, Rauch, drei Stunden, Lockmodule, drei Stunden, diesmal doppelter Fangstaub und doppelte Fang-EP, kein zusätzlicher Spezialtausch, Tauschen kostet nicht weniger, hat alles damit nichts zu tun, aber doppelt Fang-EP und Fangstaub sind ja trotzdem zwei Boni, obwohl es sonst immer nur einen gab, es wird Feldforschungsaufgaben geben, da gibt es dann wieder auch Belohnungen wie Staub, Superbälle, Feuerriegel, Pokestop-Showcases mit Feuerriegel, es gibt verschiedene Eventboxen, die ihr bekommen könnt und im Webstore gibt es auch wieder eine Community Day Hyperbox, habe ich mir noch nie geholt, Sucht ihr nach einer Gruppe? Ne, suche ich nicht, ich und Pupsi, wir machen da immer unser Ding und wenn es irgendwann mal nicht kann, dann mache ich auch kein Ding, habe ich nämlich auch keinen Bock, alleine, ne? Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr immer alleine den C-Day mit zehn Handys oder mit einem Handy oder spielt ihr mit zehn anderen Leuten den C-Day, wo jeder zehn Handys hat? Wie viele sind das dann insgesamt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus, das war ein kurzes Infovideo für den Freitag, weil ich da am Schaffen bin, wieder mal am Schwitzen, am Triefen, am Kleckern und Klotzen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.